Bündnis 90 Die Grünen Rheinland-Pfalz sind der Landesverband der Partei Bündnis 90 Die Grünen in Rheinland-Pfalz. Geschichte Am 30. September 1979 wurde die Rheinland-Pfälzischen Landespartei Die Grünen gegründet. Der erste Landesvorstand bestand aus Erhard Brun, Peter Keuer, Norbert Klein und Helga Vorwinkel. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Landesverband 43 Mitglieder. Auf dem ersten Landesparteitag April 1980 in Mainz wurden Bilgit Burtschardt, Peter Keuer, Norbert Klein, Gerhard Lausterer und Helga Vorwinkel gewählt. Die Anzahl der Mitglieder der Landespartei war mittlerweile auf 538 angewachsen. 1983 traten die Grünen in Rheinland-Pfalz zum ersten Mal zu einer Landtagswahl an, scheiterten aber mit 4.5 Prozent relativ knapp an der 5-Prozent-Hürde. Da die die Grünen aber bei der im selben Jahr stattfindenden Bundestagswahl mit 5,6 Prozent in den Deutschen Bundestag einzogen, konnten auch die rheinland-pfälzischen Grünen mit Roland Vogt einen ersten Abgeordneten in den Bundestag entsenden. Aufgrund des Rotations-Prinzips wurde er nach zwei Jahren von Willi Tartke abgelöst. Bei den Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz 1984 konnten die Grünen 210 Mandate in insgesamt 130 Kommunalparlamenten erreichen. 1987 gelang den Grünen mit 5,9 Prozent der erstmalige Einzug in den Landtag von Rheinland-Pfalz. Die erste Fraktion umfasste die Abgeordneten Gisela Bill, Harald Dörr, Gernot Rotter, Manfred Seibel und Horst Steffnyi. Gisela Bill wurde zur ersten Fraktionsvorsitzenden gewählt. Im selben Jahr zogen mit Huwe Hüser und der späteren FDP-Politikerin Heike Wimskegel zwei Mitglieder des rheinland-pfälzischen Landesverbandes in den Deutschen Bundestag ein. Wegen des Scheiterns der Grünen im Wahlgebiet Westdeutschland bei der Bundestagswahl 1990 konnte der rheinland-pfälzische Landesverband keine Abgeordneten in den Bundestag entsenden. 1991 gelang der Partei der Wiedereinzug in den Landtag. Allerdings zogen lediglich Bill und Dörr erneut in den Landtag ein, während mit Erika Fritsche, Friede Grützmacher, Michael Henke, Dietmar Ried und Manfred Seibel fünf neue grüne Politiker ein Mandat erhielten. Obwohl das Wahlergebnis auch eine rot-grüne Koalition zugelassen hätte, entschied sich der Spitzenkandidat der SPD, Rudolf Scharping, für eine sozialliberale Koalition, sodass die Grünen in der Opposition verblieben. Gisela Bill wurde abermals zur Fraktionsvorsitzenden gewählt. In der Mitte der Wahlperiode wurde sie jedoch von Friede Grützmacher abgelöst. 1993 änderte der Landesverband seinen Namen in Bündnis 90 Die Grünen Rheinland-Pfalz, da sich im Vorfeld die Bundespartei Die Grünen und Bündnis 90 zusammengeschlossen hatten. Durch den Einzug der Vereinigten Bundespartei 1994 in den Bundestag erhielten mit Ulrike Höfken und Christian Sterzing abermals zwei Parteimitglieder des Landesverbandes ein Bundestagsmandat. Am 13. November 1994 wurde zudem das Grüne Jugendbündnis Rheinland-Pfalz gegründet. Auch 1996 gelang der Einzug in das Landesparlament. Weiterhin gehörten Gisela Bill, Friede Grützmacher und Dietmar Ried der Fraktion an. Neu hinzugekommen waren nie es sie Thomas Elke-Kilz, Guido Dahm und Bernhard Braun. Trotz des Zuwachses im grünen Wahlergebnis blieb die SPD bei der Wahl der FDP als Koalitionspartnerin. Nicht zuletzt, weil ein schlechteres SPD-Ergebnis keine Mehrheit für Rot-Grün ermöglichte. 1998 zogen abermals Höfken und Sterzing für die Rheinland-Pfälzischen Grünen in den Bundestag ein. Nach der Bundestagswahl kam es zur Bildung der ersten rot-grünen Bundesregierung unter Bundeskanzler Gerhard Schröder. 1999, als die neue rot-grüne Bundesregierung die deutsche Beteiligung am Kosovo-Krieg beschlossen hatte, erlitt der Landesverband bei den Kommunalwahlen starke Stimmenverluste. Landesweit erreichten die Grünen nur mehr 5,0 Prozent. Erstmals seit Gründung der Landespartei begannen die Mitgliederzahlen zu sinken. Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2001 konnten die Bündnisgrünen 5,2 Prozent auf sich vereinigen. Mit Bernhard Braun, Friede Grützmacher, Elke Kils und ISI Thomas gehörte die Mehrheit der alten wie der neuen Fraktion an. Rainer Marz und Nils Wichmann kompletierten die nunmehr nur noch sechs grüne Abgeordnete umfassende Fraktion. Wie im Jahr 1991 wurde auch 2001 die rechnerische Mehrheit für ein potenzielles rot-grünes Bündnis nicht genutzt. Da der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck ebenso wie sein Vorgänger Scharping einer Koalition mit der FDP den Vorzug gab. Eine Satzungs- und Strukturreform im Herbst jenes Jahres verkleinerte den Landesvorstand von acht auf nunmehr nur drei Mitglieder. Das Gremium des Landeshauptausschusses, in dem jeder Kreisverband unabhängig seiner Größe mit einem Sitz vertreten war, wurde durch einen neuen Parteirat ersetzt. Zwölf Mitglieder, die von der Landesdelegiertenversammlung gewählt wurden, wurden hier dem Landesvorstand zur Seite gestellt. Im Jahr 2002 wurde die Fortsetzung der rot-grünen Koalition auf Bundesebene auch aufgrund des guten Abschneidens der Grünen ermöglicht. Die grüne Landespartei erreichte mit 7,9 Prozent in Rheinland-Pfalz ihr bestes Ergebnis und entsandte Ulrike Hüften und Josef Winkler als Bundestagsabgeordnete nach Berlin. Bei den Kommunalwahlen 2004 erreichten die Grünen landesweit 7,1 Prozent und 539 Mandate. Bei der zeitgleich stattfindenden Europawahl erreichte der Landesverband 9,1 Prozent. Zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2006 traten die Bündnis Grünen wie schon 2001 mit ihrer damaligen Fraktionsvorsitzenden ISI Thomas als Spitzenkandidatin an. Allerdings wurde der Wiedereinzug in den Landtag mit 4,6 Prozent knapp verpasst. Der damalige Landesvorstand, bestehend aus Manfred Seibel, Tabi Rösner und Britta Steck, trat sechs Monate nach der Wahlniederlage zurück. Als neuer Landesvorstand wurden Evelina Lemke, Nils Wichmann und Britta Steck gewählt. Zwei Jahre später trat Nils Wichmann nicht mehr zur Wiederwahl in den Vorstand an und wurde durch Daniel Köbler ersetzt. Die Europa- und Kommunalwahlen 2009 brachten den Grünen weitere Gewinne gegenüber 2004. In den Bundestagswahlen im Herbst jenes Jahres konnten die Rheinland-Pfalzer erstmals drei grüne Abgeordnete in den Bundestag senden. Neben Ulrike Höfken und Josef Winkler gewann Tabi Rösner einen Sitz in Berlin. Bei der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2011 gelang es den Grünen mit ihren Spitzenkandidaten Evelina Lemke und Daniel Köbler sowohl den Wiedereinzug in das Landesparlament als auch ihr bestes Ergebnis bei einer Landtagswahl in Rheinland-Pfalz zu erreichen. Da die SPD aus dieser Wahl zwar als stärkste Partei hervorging, ihre absolute Landtagsmehrheit jedoch verlor, kam es zur Bildung der ersten rot-grünen Landesregierung in Rheinland-Pfalz. Evelina Lemke wurde im Kabinett Beck-V stellvertretende Ministerpräsidentin und Ministerin für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und Landesplanung. Im Dezember 2012 beschloss die Landesdelegiertenversammlung erneut eine Satzungsreform. Der Landesvorstand wurde um zwei Beisitzerposten auf fünf Mitglieder erweitert und der Parteirat wurde abgeschafft. Als kleineres Gremium zwischen den Landesdelegiertenversammlungen wurde ein kleiner Parteitag eingeführt. Mit 9,5 Prozent erzielten die Grünen im Mai 2014 ihr bestes Ergebnis bei Kommunalwahlen in Rheinland-Pfalz. Mit 25 zusätzlichen Mandaten konnten sie erstmals in allen Kreistagen vertreten sein. Bei den Kommunalwahlen oder in den anschließenden Stichwahlen im Juni konnten die Grünen ebenfalls neun Direktmandate als ehrenamtliche Ortsvorsteher- bzw. Bürgermeistergewinn Kreisverbände Wasgau, Rhein-Hunsrück, Rheinland-Rhein-Pfalz, Südliche Weinstraße, Südwestpfalz, Speyer, Trier, Trier, Saarburg, Vulkaneifel, Westerwald, Worms und Seibrücken. Ministerin in der Landesregierung Bündnis 90 Die Grünen stellen in der aktuellen Landesregierung von Rheinland-Pfalz drei LandesministerInnen Fraktion 1987 bis 2006 waren die Grünen bzw. Ab 1993 Bündnis 90 Die Grünen in Fraktionsstärke im Landtag von Rheinland-Pfalz vertreten. 2006 bis 2011 stellte die Partei keine Landtagsabgeordneten. Seit 2011 ist Bündnis 90 Die Grünen erneut in Fraktionsstärke im Landtag vertreten. Fraktionsvorsitzende aktuelle Zusammensetzung im 16. Landtag von Rheinland-Pfalz ist die Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen mit insgesamt 18. Abgeordneten, davon neun Frauen und neun Männer, vertreten. Fraktionsvorstand Daniel Köbler, Fraktionsvorsitzender und Sprecher für Arbeitsmarktkonversion, Kommunales. Jutta Blatzeim-Rügler, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Mobilität, Verkehr, Tourismus, Infrastruktur. Anne Spiegel, stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Sprecherin für Integration, Frauen, Flüchtlinge und Asyl. Nils Wichmann, parlamentarischer Geschäftsführer und Sprecher für Sport Europa, Frieden, eine Welt, Ruanda. Weitere Abgeordnete Bernhard Braun, Sprecher für Energie, Klimaschutz, Medien und Vizepräsident des Landtages. Elisabeth Brößkamp, Sprecherin für frühkindliche Bildung, Kita, Familie und Kinder. Andreas Hartenfels, Sprecher für Umwelt- und Naturschutz, Bauen, Wohnen, Dorferneuerung, Stadtentwicklung und Landesplanung. Gunter Heinisch, Sprecher für Wissenschaft, Hochschulen, Weiterbildung, berufliche Bildung, Petitionen und Strafvollzug. Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften. Dietmar Ionen, Sprecher für Landwirtschaft, Gentechnik, Weinbau und Ernährung. Fred Konrad, Sprecher für Pflege, Inklusion, Altenpolitik und Kirchenpolitik. Nicole Molzberger, Sprecherin für Verbraucherschutz und Drogen. Stephanie Nebbinger, Sprecherin für Anti-Atom- und Interregionale Zusammenarbeit. Anna Neuhof, Sprecherin für Forsten, ländlicher Raum und Jagd. Ruth Ratter, Sprecherin für Bildung und Kultur. Katharina Raue, Sprecherin für Rechtspolitik. Pia Schellhammer, Sprecherin für Innenpolitik, Netzpolitik, Datenschutz, Demokratie, Jugend, Queer und Rechtsextremismus. Ulrich Steinbach, Sprecher für Wirtschaft und Mittelstand, Finanzen, Haushalt, kommunale Finanzen, Landesverwaltung und Verwaltungsmodernisierung. Landtagswahlergebnisse. Bundestagswahlergebnisse des Landesverbandes Rheinland-Pfalz seit 1980. Rheinland-Pfälzische Abgeordnete der Grünen im Bundestag. Der Rheinland-Pfälzische Landesverband von Bündnis 90 Die Grünen ist mit drei Abgeordneten im Deutschen Bundestag vertreten. Tobias Lindner, Tabi Rösner, Corinna Rüffer, Landesvorsitzende, Weblink, Fraktion von Bündnis 90 Die Grünen im Landtag von Rheinland-Pfalz.